ich bin live auch wenn wahrscheinlich etwas unerwartet und ja ich muss selber nicht mich heute überhaupt jetzt habe ich macht weil ich habe eigentlich oder hatte oder wie auch immer einen ziemlich miesen kater deswegen habe ich auch keinen bock gehabt jetzt meine haare zu machen dann habe mir gesagt scheiß einfach mal drauf ist gar nicht so wichtig und habe mir gedacht naja jetzt ist es nicht mehr so schlimm habe ja doch jetzt was gegessen und alles wieder ein bisschen der no copyright sound stream ist offline was soll das denn warum tust du mir das an dann halt wieder über soundcloud so und dass ich mich nicht zu sehr über anstrengen und morgen dann wieder einsatzbereit bin für einen super stream dachte ich mir ich spiele jetzt mal minecraft jawohl so ist es und was suche ich mir hier raus irgendwas das lied klingt ganz gut lassen wir das mal drin ich bin jetzt gespannt wer überhaupt kommt da ich ja gesagt habe ich würde nicht streamen zumindest auf twitter habe ich das behauptet das könnte ich noch hin geht voll ab hier bisschen leise machen habe ich allgemein laut nein ah ja genau ins ts hier noch reingehen dann könnte ich auch im trello wort zumindest wieder schreiben dass es nicht so ist wie ich dachte dass ich ja doch stream und jetzt schmeiße ich mich einfach mal auf den server rauf und bienen gesp-